Mehr noch, eine Bücherei. 66 verschiedene Bücher von nicht nur 66 verschiedenen Autoren und Autoren, denn manch eines enthält nach Art der hölzernen Babuschkaas in Sicht hier um drei, vier kleine Bücher verschiedener Autoren. Nicht zu vergessen, diesen namenlosen Charme, später Bearbeiter, Ergänzer, Verknüpfer, der flumme Fleiß, ihren minutiösen Text, Finissage, ihrem von eines Jahrtausends jüdisch-urchristlicher Geschichte. Ein wenig entstand so, ein Bücher so vieler Stimmen, die nacheinander, nebeneinander, durcheinander, gegeneinander, miteinander reden, singen, murmeln, beten. Dissonanzen, jede Menge Widersprüche, noch und noch kein Ausgutbilder. Hundert Stimmen Strom, selbst Schriftgelehrte ermessen ihn nicht. Wohin wir ertragen? Überschwellen, Klippen, Katarakte. Heim zu? Heim zu, hoffe ich. Merklich oder unmerklich nähe die Ströme, die verschiedenartigen, die verschiedenzeitlichen Stimmen, denn doch und stets wieder zu einer Stimme zusammen. Das Wunder dieses Zusammenfließens, sagt Emanuel Nevinas, ist größer als das Wunder eines einzigen Autors. Viel Stimmenbuch also, geselliges Buch, geselligstes der Welt der Autor. In ihm wird die reine, die verlässliche Stimme der geselligen Gottheit bleibt. Das war ein Gedicht von Kurt Marti, einem Schweizer Lyriker, den ich in meinem Mandantenunterricht mit so einem schönen, kurzen Aphorismus kennengelernt habe. Wo kämen wir denn dahin? Wenn alle sagen, wo kämen wir denn dahin? Und keiner ginge, um zu schauen, wo jemand käme, wenn man ginge. Und das hat sich mir so eingeprägt, fällt mir gerade an, bei Kurt Marti. Wir wollen heute in dieser gemeinsamen Bibelarbeit schauen, wohin man kommt. Wenn man uralte Texte aus dem Alten Testament mit dem, was uns heute bewegt, verbindet und sich auch die Frage stellt, was steckt da für unsere gemeinsame Zukunft? Dagmar Brünen wird uns die Textstelle jetzt lesen. Ich lese aus dem ersten Bibel, aus Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Josefs Brüdern wurde begrüßt, dass ihr Vater tot war. Sie sagen, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist, dann wird er uns bestimmt all das Böse heimzahlen, das wir hinzugefügt haben. Da befallen sie Josef zu sagen, dein Vater hat uns auf dem Sterbebett befohlen, sagt dies zu Josef. Ach, vergib doch deinen Brüdern das Verbrechen und ihre Verfehlung. Ja, sie haben dir Böses zugefügt. Jetzt aber vergib doch das Verbrechen denen, die der Gottheit zu deines Vaters dienen. Und Josef feinte über ihre Worte. Nun gingen auch seine Brüder hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier hast du uns als deine Sklaven. Doch Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr habt mir aus Berechnung Böses angetan, Gott aber hat es ungerechnet zu tun, um zu tun, was sich heute zeigt. Ein großes Volk bleibt am Leben. Jetzt aber habt keine Angst, ich selbst versorge euch und eure Kinder. So tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen. Amen.